I haven't had him here because of you screaming around that there was something on the main, obwohl der nur singing at all he war. Oh, Kinders! Endlich drücken mal direkt alle. Cash, bin ich dabei, ihr Pimmelnasen. Also nicht ihr, die Bösewichte. Alles klar, wir sind Anti, okay, naja. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Der nächste Kill ist meiner. Achtung, ohne hinzugucken. Ich gucke nur zu euch. Ich sehe es in meinem peripheren Sichtfeld. Kann nicht mal jemand reinlaufen? Oh Gott, der ist glatt, ist er weg. Achtung! Achtung! Augenkontakt! Hopp! Komm schon! Achtung jetzt, letzter Versuch. Fünf, vier, eins. Ach, komm, fickt euch doch, Mann! Oh, keine Focke! Der Stream war richtig edel. Vielen Dank an alle, die dabei waren, auch die, die gespendet haben und hin und her, beziehungsweise eben Geschenke. One main? Eben Geschenke mir, ne? Ihr wisst schon? Jeder. Ja! Ich mache einfach immer die Tür zu. Ja, muss ich jetzt nachladen, hätte ich... Gott, warum bin ich so scheiße gut? He's planting. Was für ein Run, Alter! Der ist einfach zu gut für diese Welt. Fuck! Ohne den Killer! Geht das nicht voran hier, bist du bescheuert? Oh mein Gott! Oh mein Gott, er hat durch die Fusen sollen! Direkt die zweite Runde abgegeben, das ist lächerlich. Oh, mir habe ich den Hatter gegeben, aber den Harten. Einer gegen drei kommen locker. Zack! Die sind bestimmt beide am Spot. Letzter auch, komm. Nice. Hat er gut gemacht? Kann ich nichts sagen? Ja, kann ich überhaupt nichts hinzufügen? Aha. Die Squeaky Tür geht nicht kaputt, ne? Da kann man kein Loch einschießen, wie auf den Nuke. Wow! Danke, Leute, Alter! Ich dachte nur noch, wer springt da hinten durch Nacht und Wind? Es ist der Terror und er riecht wie ein Kind. Es ist der Terror, musst du wissen. Jetzt hat er sich ins Kostüm geschissen. Wow! Einfach mal das Spiel so laut gemacht. Fast einen Hörsturz bekommen. Scheiße, Mann! Ich soll nicht zuerst callen und dann schießen. Erst mal schießen! Mann! Abgefuckte Scheiße! Ich bin alleine auf A und dann stehe ich auch noch so dumm da und die Rushen einfach direkt. Alter, dieser Wald ist behindert? Die Bombe ist genau unter ihm und er... Hey! Wie hat er mich denn gesehen? Aber diesmal gehe ich nicht mit. Nee, nee, nee. Ja! Nein! Es ist noch ein zweiter da, natürlich. Ich dachte nur, die AWP. Scheiße. Jetzt habe ich wieder Kohle. Und jetzt stehe ich wahrscheinlich wieder dumm da, ne? Aber diesmal nicht. Die Fige. Komm schon, AWP! Ich bin so ein richtiger AWP-Lehwisch. Ich habe früher mal Main-AWP gespielt bei Pokémon. Nein! Oh, wie unglücklich! Der hat mal mein gesehen, ne? Aber er wollte jetzt nicht reinbrüllen. Nachher ist es doch nur irgendein Scheiß. Und er heißt... Das hat ihm gehört. Because of you screaming. Gerauntet. Der war's. Something on so. Mähm. Obwohl der nur singend. Oli war. Obt ihr mich hier erwarten? Oh, Mann. Oh, jetzt kommt mal einer von B angeschlappt. Fuck. Kann ich mal die Bucke schmatzen? Natürlich, ich balle euch auf den. Okay, das war keine gute Hälfte, Kinder. Dann gehen wir mal alle auf der A, hä? Ich hab noch einen Stern geholt hier, alter Pimmel. Es will einfach keiner ansagen, ist ein bisschen blöd, aber wir gehen einfach nochmal auf A. Einfach gleiche Systematik nochmal. Alter, war einer am Spot? Habt ihr nicht gesehen. Macht mal Squeaky zu. Alles klar. Magst du was, da war einer. Deswegen lässt man Squeaky nie offen, ne? Komm, nochmal A, solange bis es nicht mehr klappt. Die gute alte Russe-Taktik, ja. Ist down. Plant no name. So! Und da hole ich mir schon wieder einen Stern. Crazy. Jetzt könnte es eklig werden, weil dann... Denn jetzt haben sie Waffen. Deswegen grade ich auch auf jeden Fall die Wummer ab. Es wären noch fünf Runden, die wir gewinnen müssen, aber ich denke, das geht jetzt so nicht mehr. Nicht so einfach. Ähm, wir können es einfach weiterhin versuchen, bis es nicht klappt. Einmal. Okay. Nochmal schön geflasht und angefakt, verstehst du? Und jetzt gehen wir aber schön auf die B. Ja, fuck. Schade. Hätte ich eigentlich haben müssen. Ich hab das bei Ding nicht gerafft. Der muss wohl sofort aus dem Ding rausgesprungen sein. Also aus dem... Und halt auch runter... Ich dachte, er schießt's kaputt und hockt nach oben drin. Nice. Hey, looks good. Komm. Ja! Alter, jetzt haben wir sie genützt. Und zwar genutzt. Ausgenutzt haben wir sie. Wir gehen dann doch wieder auf A, weil wir dreckige Schweine sind. Guys, I tell you, we go on A again. Let's go, B. Nein! Ja! Nice. Oh mein Gott! Philippine-Klick! War schon gut. War schon gut. Ey, das ist ein hart erkämpftes Spiel hier. Ich wusste wieder nicht, wo die Bombe liegt. Das hat mich jetzt ein bisschen... Hätte ich nämlich nicht so blöd reagiert, wenn ich gewusst hätte, dass ich die Bombe sehe von weiter weg. Ich dachte, shit, der Plan ist bestimmt gerade oder was? Ich meine, defused. Nein! Nice. Okay, ich bin jetzt zwar ein bisschen abgenippelt. Macht aber nichts. Solange das Team die Runden fett holt, solange bin ich halt einfach mal zufrieden. Aber wenn die jetzt schon wieder anfangen mit Booster Reich... Also ich glaube, wir kommen hier eins nicht alleine mit Rushen voran. So kamen jetzt die letzten paar Spiele schon vor bei T. Sobald man langsam gemacht hat, ist es sowas von in die Hose gegangen. Das kann man jetzt nicht generell sagen. Aber ich kann das generell über die letzten paar Spiele sagen. Nice. Alter, wie er abgeht, du der Hammer. Ey, Leute, das wird sowas von Sieg hier. You, if you like peanut, klare. One Heaven. 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 Okay, der Mate ist irgendwie blind. Vor allem hab ich angesagt, One Heaven. Er kommt rein. Da oben ist er noch auf Heaven. Ist er aber wahrscheinlich mein Freund. If you like peanut, klare, du. One Headshot. Don't peel, hab ich gesagt. Kinder, Kinder. Leute, was für ein fetter Uprank. Ja, ich mein, was für ein fettes Spiel. Was für ein fettes Spiel, Kines? Einen dicken Daumen nach oben. Die haben wir doch mal richtig schön rausgeholt hier. Die Energie, die Kräfte, die noch versteckt waren in uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. If you like peanut, collude. I'll fuck you in the rain. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.